Kommen wir an, Pübchen! Also eben der Küch der Sonnenwein, das sind wir wieder mit der Echtung, oder? Guck mal, der Tattoo ist auch an der Tiefe, der ist dabei. Einen ist der wirklich Spruch, das ist der Max, und da hinten der Manu im Nachstaat, ne? Ganz oben, der ist der höchste, und der Manu ist der zweithöchste.